Ja, liebe Genossinnen und Genossen, endlich wieder Leichtbauhalle. Aber nur, solange wir uns das noch leisten können. Denn wenn wir weiter so schnell Stimmen verlieren, wie die Grünen ihr letztes bisschen Anstand, dann müssen wir uns wohl bald in der Gartenbarzelle einer engagierten Genossin treffen. Zwar haben wir den Sprung in den Bundestag wieder geschafft, dem Wortungetüm Grundmandatsklausel sei es gedankt. Aber wir müssen mit deutlich weniger Geld auskommen als bislang. Mit anderen Worten, die fetten Jahre sind vorbei. Die Linke Sachsen ist kein Goldbräuler mehr, der sich behäbig am Spieß von allen Seiten wärmen lassen kann. Da ist es zwar gut und schön, wenn wir seit dem Irgendwas mit 4,9-Prozent-Tag zahlreiche Neumitglieder gewinnen konnten. Es nützt für unsere monetären Bedarfe aber wenig, wenn diese Menschen kaum Beiträge zahlen. Diesen Umstand will ich auch niemandem zum Vorwurf machen, denn es heißt jeder und jede nach seinen ihren Möglichkeiten. Und sich für die Linke zu entscheiden, ist schon an und für sich eine gute Sache. Da spreche ich aus Erfahrung. Aber dann wäre es doch umso wichtiger, diese Leute für die aktive Mitarbeit vor allem an der Basis zu gewinnen, um die älteren Genossinnen, welche sich verdient gemacht haben, aber nun nicht mehr so leicht auf die Leiter kommen oder stundenlang an Ständen stehen können, zu entlasten. Leider passiert dieserlei Aktivierung allzu selten. Von den jungen Mitgliedern in meinem Stadtbezirksverband, die sich seit Oktober für uns entschieden haben, will niemand im Vorstand mitarbeiten oder Flyer verteilen gehen. Warum ist das so? Da brauchen wir uns nur einmal den aufgeblähten Korpus dieser Partei ansehen. Bei all den Gremien und Arbeitsgruppen fühlt sich Mensch, der sich einbringen will, wie auf der Suche nach Passierschein A38. Und um eine aufgeräumte Außenwirkung sind die meisten Strukturen dann obendrein noch nicht mal bemüht. Es ist also an der Zeit, eine wirkliche Strukturdebatte anzugehen. Und damit meine ich nicht den nach einer meditativen Klangschalensitzung für gestresste Großstädterinnen anmutenden Strukturdiskurs der letzten Jahre. Los geht es da beim Landesparteitag selbst. Warum sind die Delegiertenschlüssel seit so langer Zeit konstant, obwohl zuletzt immer weniger Mitglieder in der Partei waren? Wie notwendig ist der Landesrat in seiner heutigen Form, dessen Funktionen und Aufgaben selbst mir als dann einziges Mitglied dieses Gremiums noch nebulös erscheinen? Ich denke, und da mag der Finanzwirt aus mir sprechen, politische Arbeit darf Geld kosten. Aber dann muss dieses Geld auch wirklich für politische Arbeit mit Ergebnissen an deren Ende genutzt werden. Keinem bringt es was, immer und immer wieder über dieselben Themen zu diskutieren, ohne einen Output zu generieren, der entweder der Partei oder der Außenwirkung etwas nützt. Debatte ist gut, durchdachtes Handeln ist besser. Ich möchte nicht sagen, dass die Linksjugend an dieser Stelle unbefleckt wäre. Ich denke jedoch, dass der Jugendverband und die Partei etwas voneinander lernen können. Wir mögen zwar an zwei Ufern stehen, doch sind wir durch einen Brückenschlag verbunden. Zwei Perspektiven auf eine und dieselbe Sache sozusagen. Und das habe ich auch schon bei meiner Bewerbungsrede auf dem Landesjugendplenum klar benannt. Diese Sache ist und bleibt für mich der demokratische Sozialismus. Der verbindet uns, so hoffe ich doch, aller. Er vereint den Gedanken von Solidarität, Antifaschismus, Frieden, Feminismus und sozial-ökologischer Wende. Ich könnte die Kette affirmativer Substantive noch unendlich weiterspannen. Nur mit 4,9 Prozent werden wir den Weg dorthin sicher nicht schaffen. Auch nicht mit den ewigen Rufen, wir müssten unseren alten Kern wiederfinden. Nein, wir wollen keine Klientelpolitik allein für die Bohem der Städte oder für die prekären Milieus machen. Wir wollen das Gro der gesellschaftlichen Gruppen miteinander vereinen. Im Kampf gegen den Neoliberalismus, im Kampf gegen die Ungleichheit, im Kampf gegen den Individualismus. Aber, liebe Genossinnen, beim Thema Individualismus sollten wir uns doch genau an die eigene Nase fassen. Hier kocht jeder sein eigenes Süppchen, anstatt einen großen Topf anzusetzen, aus dem wir alle schöpfen können. Wenn ihr mir diesen kleinen metaphorischen Ausflug in die Kulinarik erlaubt. Ich will junge Menschen für Politik begeistern und zwar nicht für irgendeine Politik, sondern für die unserer Partei. Ich will, dass Linkssein endlich wieder Linkssein bedeutet und nicht irgendwie grün oder sozialdemokratisch. Konsequent, das ist nur die Linke. Konsequent, das sind wir als Landesverband, aber allzu oft nicht. Inhaltlicher Streit führt zu Beliebigkeit und Beliebigkeit kennen wir von anderen Parteien schon zur Genüge. Also lasst uns wieder konsequent werden und unsere Ideen auf die Straße bringen. Lasst uns auch der Linksjugend genug Raum dafür geben, jungen Menschen eine Plattform zu bieten, in der sie linke Politik als partizipativen, progressiven Raum erleben können. In dem neue Ideen Platz finden und es okay ist, wenn nicht jede Vision gleich Realität wird. Die Republik Europa und die radikale Absenkung des Wahlalters sind solche Ideen, die es zumindest schon mal aufs Papier der Partei geschafft haben. Der neue LAFO kann all das Gesagte und noch viel mehr anpacken. Dazu braucht es nur uns und ein bisschen mehr Verständnis füreinander. Mit dem Votum der Linksjugend bin ich bereits ausgestattet. Seid ihr mit an Bord und überzeugt, dass wir den Wandel schaffen, dann bitte ich auch um eure Stimme. Nun habe ich mannigfaltig die Großartigkeit des Jugendverbandes gepriesen. Ich will aber nicht abstreiten, dass die Partei schon für die deutlich komfortableren Unterbringungen sorgt und ein elektrisch verstellbares Rednerinnenpult ist schon was Feines. Mehr Schmeicheleien sind nun aber wirklich nicht drin. Dennoch, dass ich mit meinem zarten Alter von 23 schon seit sieben Jahren für diese Partei aktiv bin, ob als Vorsitzender am Stadtbezirksverband, Mitglied im Bundesausschuss, Teil des Landesrates oder wo sonst auch immer, kommt nicht von ungefähr. Und unabhängig von der heutigen Wahl werde ich sicher noch mehr als sieben Jahre meiner selbst in diesem Verein, der rechtlich gar keiner ist, bleiben. Lasst es uns also zusammen anpacken. Und da das letzte Kampagnenmotto nicht ganz so erfolgreich gewesen zu sein schien, will ich mit der adaptierten Version enden. Statt jetzt heißt es sofort. Applaus Musik 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 Bis zum nächsten Mal.